Es war für viele die größte Entbehrung. 198 Tage lang waren Lokale geschlossen. Morgen sperren sie wieder auf. 70 Prozent der Österreicher wollen noch in der ersten Woche ein Restaurant besuchen, laut einer Umfrage der Reservierungsplattform The Fork. Tische sind schwer zu bekommen. Die Branche startet jedenfalls mit Optimismus. Ich glaube, das wird eine gute Sommersaison, vor allem wenn Einreiseregelungen gelockert werden, sagt Mario Pulker, Spatenobmann Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich. Die Liste der Aktionen ist lang, mit denen Betreiber den Wiedereinstieg leichter machen wollen. Das Bierlokal Blumenwiese beispielsweise am Wiener Donaukanal will am 19. Mai als erstes mit dem Ausschank starten, um 5 Uhr früh, pünktlich zum Sonnenaufgang. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen, so gibt es beispielsweise Gratisbier. Gösser spendiert zum Comeback österreichweit 10.000 Biere. Auch musikalisch wird einiges geboten, denn es gibt DJ Sound zum Test. Im angesagten Motto am Fluss gibt es das coolste Testcenter. Tester und Teststrasse im Space Invaders Lock. Aufs Resultat wird bei Drinks und Beats gewartet.